Wir stehen bereit. Wir sind die Jugendbombe. Trotz zunehmender Aktivitäten im digitalen Raum nehmen persönliche Beziehungen immer noch einen wichtigen Platz im Leben der Jugendlichen ein. So habe ich euch nicht erzogen. Denk doch mal an deine Eltern oder an deine Zukunft. Was soll nur aus dir werden? Übung macht den Meister. Inwieweit bestimmt meine Generation mein Denken? Sind wir euch was schuldig? Der Schnapp bin ich! Okay, ihr wollt wissen, warum ich so wütend bin? Ich will ich sein! Ich will frei sein! Ich will frei sein! Ich will frei sein!